ja herzlich willkommen leute zur nächsten folge jetzt mal conquest und zwar wieder mit dem laurien und dem andreas wir versuchen jetzt mal die helis direkt mal zu snacken hier am anfang meine ssd habt da leichte vorteile denke ich mal aber mal sehen eben haben wir ziemlich abgefuckt ich nicht oh gott er siehst du schon jeder alter schon alles hier optimal ja komm da muss erst mal abstürzen muss nie werden von uns sie doch nicht mehr auf der karte optimal also eben haben uns die ganzen typen abgefuckt die mit dem raketenwerfer die helis runterholen also das ist echt ein bug ist noch das ein bug ist ich denke mal schon aber dass man mit dem raketenwerfer anvisieren kann ja ich komme jetzt auch ich bin assault ja ich bin ich habe mal suizid gerade gemacht ja ich komme jetzt noch bin ich am geschütze war ja ich flieg mal wie so ein spasten ja toll ja ich kann wieder rein haben sich die leute jetzt verpisst hamargeil ich bin gestorben ich wurde erwischt ja ehrlich ja also aber nicht gut ich dachte ich will erst ein bisschen gegen das haus so wie immer so wie immer da kam von der seite doch was so ein haus kam auch von der seite was spontan so ein haus neben dir hast du gedacht oh guck mal die ganze springen alle mit dem fallschirm abkommen alle markieren hier kracht die bude ein ja oder hochhaus kracht ein markiert macht das schießt schon einen mongo direkt hoch aus kaputt super die schöne map kummer die sieht so schön aus jetzt sieht sie gleich wieder aus wie scheiße das können uns kommen da gucken wir uns doch gerade jetzt noch mal an wenn ihr das sehen wollt hier so die erste reihe er geht nicht vor mich dr ja ja das geht der e stellte ganz wichtig so er da geht es nieder warm So, und jetzt? Wie ist das denn? Ich hab die Wacht verstärkt, so wie es das was ist. Scheiße. So, nächste Ort. Oh, 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 oh. Oben vom Dach. Ja. Tja. Fast. Close. Ja. Close. To the edge. So. Ich glaube, unsere Venom, die ist gerade... Da sitzt gerade ein Mongo drin. Ja, natürlich jetzt. Nicht gut. Nicht gut. Ah, das steigt gerade einer aus. Komm, versenk das Ding, Junge. Du kannst das. Ich vertraue in dich. Ja, komm. Ja, ja, er versenkt's. Er versenkt's. Nein, er ist... Ach, komm, er hält's ja noch. Ja, komm, kack ab. Kack ab. Ja, komm, stürz. Ne, der kann fliegen, oder? Ui. Oh, oh, oh. Ja, jetzt kackt er ab, oder? Ui. Ui, der fliegt aber ganz schön komisch. Ja. So, oder? Das könnte Lorin sein. Der rampt jetzt zu wenig. Oh, ich glaube, der ist gerade abgesprungen. Ja, da springen ein paar ab. Wie komm ich jetzt... Kann ich schon irgendwie Pilot werden? F1? Ne, geht nicht. Ne, der fliegt ja gerade. Ah, okay. Der muss erstmal raus, der Typ. Ich steig da jetzt auch mal ein, komm. Ich auch. I am Numa. Wir sind recht hoch. Leicht, ne? Oh, ich treff da unten eh keinen. Das anders hätte ich auch nicht erwartet. Boah, ich schieße schon wieder mit dem... Alter, alter, Laurin! Flugstil, raus, 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 raus. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Reparieren, reparieren. Oh, oh. Äh, äh, äh. Hallo. Hallo, ich brenne. Ah, ne, doch nicht. Achso, das Feuer breitet sich noch. Achso, oh, realistisch. Oh, das Boot ist da. Von den Gegnern. Da können wir vielleicht ja was reißen. Hab mal Gegner. Das Blut bleibt auch schon schön auf der Stelle stehen. Zack. Ich vehicke jetzt. Ich bin sehr getroffen. Pass auf, hier ist ein Wirretterbeschuss. Ja. Killassist. Ist das Boot jetzt down, ne? Doch. Ach, doch. Oh, ne, neues. Ja, guck, 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 komm. Oh, da ist schon ein Spacken. Ja, jetzt fährt er auch noch weg. Oh, so, und so, ne? Ganz ehrlich. Wie heißt der Typ? Krieg jetzt mehr Raketenwerfen, da ja. Uh. Hoffentlich verreckt. Hoffentlich verreckt dann wirklich schnell. Arschloch, ey. Ey, komm, wie schnell die da aufs Spawnen. Mein Gott, ey. Könnt ihr einmal nicht einmal das Boot überlassen, ne? Willst du das mal zeigen in der Aufnahme? Und dann, guck mal, der Hurensohn, der kann eh nix. Da fährt die ganze Zeit rum wie so ein Spasti. Guck mal. Jetzt steigt der auch noch... Oh, ne. Versager, ne? Ja, gut. Sagen wir jetzt mal nix zu. Wo fährt der hin, Mann? Ja. Was ist das? Komm, lass mich mal da rein, ey. Ich will jetzt schwimmen, komm. Der Typ, der lässt mich jetzt da rein, oder? Komm. Komm, schafft der, schafft der. Jawoll. Ich hab ne Gatling dran. Juhu. Hörst du mich ab? Ich bin hier. Ich fahr nicht das Boot. Ja. Wer fährt denn? Irgendso ein Spasti namens Conker89. Ja, der holt mich nicht ab. Ja, weil der auch geistig behindert ist. Ach so. Ach doch, der holt dich doch ab. Und drin? Ja, schön. So, vielleicht können wir ja was reißen. Ich sieh aber grad nix. Ja, schmatzt mal nicht so. Schluck mal, du Spast. Ich hab Hunger. Oh, ne, ne, ne. Ja, komm. Junge. Mann, wo ist denn hier? Wieso, wo fährt der hin, Mann? Ganz ehrlich. Der hat auf jeden Fall einen Bootsführerschein. Naja, bezweifle ich. Der hat einen. Oh, ich werd' angeschossen. Ich bleib' erst mal stehen. Äh? Wie du schon jetzt im Jet-Ski gelandetst? Ach, bist irgendwie ausgestiegen? Ja, wie denn in einem Jet-Ski? Wie geht das denn? Der hängt hinten dran an dem Boot. Ach so. Ist zum Flüchten, jaja. Ausgeschnecht. Jetzt fährst du uns erst mal hinterher? Ja, ich hab' keinen Geschütz. Ist aber viel schneller. Kann ich bei euch wieder irgendwie... Ja, du kannst hier hin und dann bei eh wieder einsteigen, aber da hast du auch genauso wenig wie beim Jet-Ski. Aber da müsste der Typ dich... Komm, hinterher, komm, schaffst du. Ja. Sitzt wieder hinten drin. Steht der Beschuss? Wie? Hat er Flares? Jetzt ohne Scheiß? Ja, wie geil ist das denn? Mann, ich kann mich nicht drehen, ich guck das Wasser an. Ja, komm mal da hinten, das ist ein schöner Zerstörer. Ich steuer das Geschütz, oder wie ist das? Ich steuer das Geschütz. Ah, der Fahrer hat auch ein richtig fettes Geschütz. Die haben zwei Gatlins, haben wir. Ich glaube, es ist ein halber Heli in der Luft. Was? Mein Junge. Fahr doch mal, dreh dich doch mal. Willst du das nicht mal machen? Ey, ich hab keinen Bock. Ja, M320. Oh, alter Noob, guck mal, wieder ein Vierer-Kill gemacht. Meine Güte. Was ist unsere Venom? Da. Da fliegt wie immer noch dieser Spasti, ja. Da soll mal sterben. Na komm, die Vampire von den anderen visiert die anders. Gut, komm, vielleicht verweckt er ja jetzt, ja. Na gut, ich wollte eben grad rein sporen. Da wohin fliegst du, oder wer fliegt da? Ne, ne? Nein. Ich würd nicht so fliegen. Mari. Ich würd's besser fliegen. Wurdest du den rammen. Ja. Oh, die Viper, alter, boah, hat die den gerapet. Ja, das war's. Ah, das war's. Ne, doch nicht. Ah, der Pilot ist raus, aber der andere hat übernommen. Komm, verreck, ja. Jawoll. Die Viper wird gleich ein Problem werden, aber wir schaffen das. Einer repariert, oder wir beide reparieren und Laurin rammt. Wir reparieren. Laurin rammt und wir beide reparieren, jawoll. Oh, wenn's zwei reparieren geht, das so. Ja. Das Boot ist wieder da. Ja, ich warte jetzt grad auf ne Heli. Du müsstest ja jetzt eigentlich jemanden wiederkommen. Ja, okay, warten die auf ne Heli, Brotkampf mal. Ja, wenn wir einmal im Heli sind, müssten wir eigentlich auch ganz... Ja. ...eine Minuten da überleben. Ja. Ja, Rieschappanzier. Ja, genau. Heute noch? Weiß ich nicht. Aber der Viperpilot ist ziemlich gut. Ups, ich bin nirgendwo hingespron, scheiße. Ja, ich glaube auch, wenn ich die ganze Zeit hier rumklicke, irgendwann mal ein Doppelklick und dann ist feier. Ach, mein Spiel ist, äh, abgeschmiert. Ah, super. Ah, das ist jetzt bei mir abgeschmiert, auch Sound. Alles? Aber ich hör dich noch. Sorry, aber Musik, äh, im Moment, keine Musik streamen. Ja, ich hab... Ich... Ich hatte kurz kein Internet. Aber du bist auch... Oh, der ist direkt voll. Super, ich hab direkt Freunde. Guck mal, so schnell geht halt. Super toll. Ja, ich mach's erst. Soll ich dich mal rausärgern? Ja, passt schon. Ja, einer ist schon raus. Nice. Bin wieder am Ladescreen. Ja? What the fuck? 92% CPU auslassen. Wuss? Ja, permanent. Battlefield immer. Mann. Ich hab auch alles darauf angesetzt, als würd ich's nicht auf Ultra spielen können, glaub ich. Ah, ich bin auch. 75% Boah, jetzt killt doch mal da unten ein. Leute, Leute, Leute. Ihr spielt ja... 90% Ihr spielt ja wie die Mongos. 90% bis 80% hab ich. 100% hab ich. Boah, danke, dass ihr alle reparieren könnt. Ihr seid ja so toll. Oh, ihr seid die besten Teammates ever. So, ich hab in... Oh, ich wollte grad sagen, ich war bei dir im Heli, aber ich bin unter Wasser gespawnt. Tja, bei mir. Äh, egal. Ah, ich hab in Jetski. Und ich fühl mich voll cool. Oh, da kommt das Boot aus der Luft. Oh, hab das gesehen. Das hab ich jetzt echt mal drauf. Wie... Steig mal bitte aus. Wo bist du denn hin, Markus? Du bist bei mir gar nicht im Squad. Doch. Nee. Wo lautet... Hä, ich bin im anderen Squad auf einmal? Was ist das denn? Du bist im anderen Team. Hä, wieso bin ich... Du bist gleich bei uns im Spiel. Mhm. Doch, wisst ihr. Aber du bist mal aus dem Team. Wieso bin ich im anderen Squad, Mann? Holy fuck. Ich komm in unser Squad. Ich hab die, äh... Ja, ich bin nur Pilot. Nur Battle Packs. Könnte ich jetzt sogar... Golden Battle Pack. Könnte ich aufmachen hier sogar. Was hab ich denn? Ah, ich hab ne Tarnung gekriegt. Geil. Mach ich jetzt mal direkt in der Aufnahme. 25 XP Boost. 100% XP Boost. Wie geil ist das denn? Wheel 3. Battle Lock Emblem. Erdl Snow. Tarnung. Und Flash Barrel für die Mku 100. Ja gut. Koyote war nicht drin. Schade. Aber ich hab ne Tarnung gekriegt. Und die werd ich jetzt mal gucken, ob ich die direkt dran machen kann. Weil ich jetzt eh gestorben bin. Gucken wir mal. Default? Ne, das ist... Da war das nicht. Ne, ich muss ja bei den Waffen gucken. Genau. Ähm... Genau. Hier. Und dann hier. So. Irgendwas hab ich jetzt gerade gekriegt. Komm, bitte. Was ist das für ne Waffe sein? Adaptive? Ne. Wieso ist das denn wieder für keine Waffe? Komisch. Ich hab doch grad für ne Waffe ne Tarnung gekriegt. Ist das verarschen? Oder was ist das wieder nur für Fahrzeuge oder so? Ach komm. Weil das doch behindert er. Watt ne Scheiße. Und die XP-Boost bringen wir natürlich jetzt auch sehr viel. Naja. Toll. Stehen permanent unter Beschuss. So, ich bin in nem Heli-Gesport. Ja, ich gucke mal. Nicht bei mir. Wo seid ihr denn los? Ja, der Flugstil sieht nach dem Typen von vorhin aus. Ach, da seid ihr. Ich bin irgendwie schon wieder... Ich kann jetzt eurem Squad jetzt hier beitreten. Guck mal, bei jedem steht... Bei jedem steht Joint Squad. Aber bei... Warte, außer bei Dings. Aber bei euch geht's wieder nicht. Unglaublich. Ups. Uu, jetzt steuer ich den Heli. Guck mal, guck es... Guck es euch an. Guck mal, da geht's. No homo. Warte, der da. So, ich hab extra gemacht. Ihr seid im anderen Heli, ne? Oh Gott, ja. Schon wieder dasselbe, Markus. Was denn? Kreese? Ich funktioniere mit der RPG 742. Ah, ich hab keinen Bock mehr. Ich komm auch nicht mehr bei euch in den Squad rein, super. Das hatte ich aber auch mal. Da kam ich gar nicht mehr. Super. Na gut, spiel mal. Aber wir müssen ja wieder. Lass uns mal gucken, ob wir einen anderen Squad nehmen, wo wir alle reinpassen. Ähm... Ja, guck mal, bei Delta. Ich bin in Delta drin. Kommt ihr in Delta rein, geht das? Ja, bin in Delta. Super. Du auch, Andreas? Super. Da ist alles irgendwie noch nicht so ganz fertig. Ich muss aber erst mal hier messern hier, zack. Oh, geil. Oh, ich hab den gemessert. Oh, guck mal den gemessert. Jetzt auch nochmal, guck mal. Oh, sag mal zwei gemessert hier. So. Was für Bobs. So. Oh, ein Doppelkill nochmal gerissen. Rocker Kimme ist, äh, Pilot. Rocker Kimme. Rocker Kimme. Rocker Kimme. Jetzt ohne Spaß. Rocker Kimme. Ja, es ist echt, ey. Unglaublich so weit. Die Rocker Kimme. Hat schon was. Ist der Heli voll? Ja, ne? Ähm, ja. Und der fliegt genau dahin, wo wir nicht hinwollen. Oh, ich bin drin. Oh, ich flieg die Scheiße sogar. Oh, hol mich ab. Lauri, wieso steckst du auch aus? Ja, weil der abgestürzt ist, der Penner. Ach, Quatsch. Ich stürze noch nicht ab. Ah, ich stürze noch nicht ab. Nicht du, der andere. Guck mal, ey, zack, steigen sie alle aus. Das ist ja, guck mal, meine Flugkörner ist, äh, wieder eine Legende. Aber wo bist du jetzt? Oh, guck mal, die da auf dem Dach, Alter. Komm, die machen ich mal Rollkill hier. Bin tot, ich join gleich bei dir. Lass mich da bitte übernehmen. Ach, Quatsch. Ich flieg mal ein bisschen behindert. Ich flieg, ich flieg behindert. Hops. Du bist zu behindert. Ja, da war ein bisschen zu disabled, aber ja, komm. Da kann man nichts machen, was das passiert. Das guck ich mir nachher an der Aufnahme an, wie du geflogen bist. Halt die Fresse. Ja, ja, das war einfach, da war so ein, da war so ein Luft, ja, das war Wind, ähm, da war, ja, war ein Luftloch, der hat mich einfach abgesackt, was soll ich da machen. Wieso spawne ich im Wasser, wenn ich auf das Boot klicke? Wieso spawne ich im Wasser, wenn ich auf dich klicke? Ja, ich spawne jetzt im Boot, Leute. Oh, doch im Wasser. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ja, sicherlich, der taucht einfach mal unter mich durch, oder was? Der ist gerade vor mir abgesprungen. Hab ich genau gesehen, ja. Komm, noch mal. Die Kackpenner hol ich mir. Naja. Schmeckt's? Es mundet. Es mundet. Wie viel haben wir eigentlich schon? Ich muss mal gerade gucken, wie lange die Aufnahme ist. Oder weiß ich gar nicht. Aber ich lass jetzt einfach mal laufen. Oh, ich habe Rekordsnets erreicht. Was denn? I proudly presents 0-2. 0-2. Ohohohohoho. 4-7. Ich habe gerade zwei Leute gemessert und die sind einen Doppelkill gerissen. Das war schon meine ganze Erwungenschaft heute. Komm in die Luft, Digga. Komm in die Luft. Ach, komm. Nein, nein, nein. Wo fliegst du denn? Oh, Digga. Mach mir keine Angst. Dann war er erst hinter dir. Der mir? Ja. Oh. Ohohohohohohoho. Tu da oben, du Sack. Du Sack. Du Sack. Ach, eh, beide hinter mir oder was? Ja, du Viper, ey. Nee, die haben sich unsere, die haben sich unseren Kampfhelicopter geholt. Nee, doch nicht. Noch nicht. Jawoll, Kill gerissen. Ach, jetzt. Ich komme wieder genau zu spät. Für den. Dann fliegt das irgendwie irgend so ein Mongo-Wetten. Der Stützt gleich ab. Na super, ich bin auch wieder irgendwo geklickt und bin jetzt gespawnt. Noch ein Kill. Ja, wie ich habe vier Killz? Oh, ich bin wieder Sunny. Oh, optimal. Optimal. Optimus. Was steht denn da im Wasser? Ist das ein LAV oder haben wir den versenkt? Gut, so an den haben wir versenkt, wa? Oh, nee, ein LAV. Ah, den hole ich mir. Hui. Oh, der hat noch ein Prozent. Ein Prozent hat der noch. Aber der kriegt mehr. Dann bleiben wir mal ein bisschen hier. Wir haben ja Zeit. Aber nicht so viel. Ich spaw mal bei dir, Markus. Ja, aber wir müssen noch ein bisschen warten. Im Wasser warten, weil wir nur noch 22 Prozent leben haben. Das ist ein fett LAV. Der kann im Wasser fahren. Ja, aber wir haben nur 26 Prozent leben. Wenn ich jetzt losfahre, weißt du, dann macht es Clash. Clash boom bang. Ich bin... Was ist das für eine Schrottmühle? Das ist keine Schrottmühle. Ist richtig geil. Guck mal, wie die im Wasser auf und ab geht. Oh, guck mal, wie der dann richtig mitlenkt. Oh, 19 Zoll Ferngel oder 10 Dollar. Allerdings voll cruisy, voll hip. Ja, pimp mein Wasserpanzer. Pimp mein LAV. Oh, guck mal. Lass mal auf jetzt hier, wie wir den jetzt anal penetrieren. Okay, scheiße, so hoch kann ich gar nicht zielen. Ich schon, aber... Ich weiß gar nicht, wie wir hier wieder aus dem Wasser rauskommen sollen. Und du, das willst du mal Position wechseln, bitte? Du, mal F2 oder so. Guck mal, wir kommen hier raus. Oh, wie geil ist das denn? Ich bin jetzt... Danke. Aber wir kommen durch die Treppe hoch, oder? Alter, Alter. Du bist in der Fensterposition. Danke. Ich bin zum Fenster, schön. Passen wir da durch? Glaubt ihr? Gebt jetzt eure Stimme ab. Gebt jetzt eure Stimme ab. Also auf der linken Seite kann ich schießen, ne? Ja, auf der F2. Wir hatten jetzt diesen Tank da geparkt. Kann den einer mal wegfahren? Warte, ich pack den weg. Das ist sehr gut. Kannst du da wechseln, Andreas? Ha, kill gewissen. Ja? Ja. Ehrlich? Ja, ich hab halt kill gewissen. Alter, rammt er uns hier erst mal. Der ist eigentlich nicht... Der ist halt die ganze Zeit volkürliche Position und... Da ist das Boot wieder auf dem Land. Ich bin da gespannt auf die... Guck mal, das ist das Boot. Siehst du, guck mal. Ist irgendwie wieder aus dem... ...auf dem Land gespawnt. Oh, da ist einer. Ach, die sind oben auf dem Haus da, ne? Was ist das für ein fettes Geschütz hier? Guck's dir an, Markus. Ne. Ich will... Nein, ich möchte nicht. Alter, was ist das... Was ist das denn jetzt hier wieder? Wo kam der denn her? Ganz ehrlich, wieso sind wir jetzt nur noch so langsam? Alter, was soll das denn? Ich glaube, wir machen es nicht weiter. Moment, ich bin Englisch, ich gehe gerade reparieren. Ach, du bist Engineer. Engie? Ja. Klappt das? Ich... Ne, ich verstehe nicht, warum ich jetzt wieder sterbe. Wo ist der? Da. Ja, guck es... Ganz ehrlich, und der macht uns so viel Schaden. Wo war der denn gerade eben? Pass auf, pass auf. Fahr weg, fahr weg. Ja, ich hab's... Uah. Scheiße. Das läuft gar nicht gut, die Runde. Ich find's top. Ne, die ist richtig behindert, ja. Dann haben wir so einen Mongo in der Venom sitzen, ja. Ich hoffe, er repariert, der UKRA Mongo. Warte, der ist, ist drin. Ja. Schon wieder mit dem Anketen-Erfer. Alter, ich könnte langsam... Ich würde mal hier weg. Ja, ich bin die Treppe hochgefahren. Ich muss, ich fäng gerade nicht fest. Boah, das freut mich. Ich glaube, ich mach aber mal gerade eine Pause, weil sonst wird das echt so lange. Ich geh zu Fuß. Ja, Leute, das ist eh nicht die beste Runde. Ja, ja, komm, Lauren, ich hab keinen Bock mehr. Ja, komm. Lass mal gerade eine Aufnahme-Pause auf jeden Fall machen. Ja, gut, danke, Leute, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Das zieht sich jetzt hier noch ein bisschen. Aber, äh, wie gesagt, ihr seht, wie unfettert ist teilweise dieser Rakete-Anfang gerade auch wieder. Naja, also ganz fertig ist das Spiel auch nicht mit dem Boot auf dem Land da und so. Naja, muss noch drüber hinwegsehen. Und, ja, gut. Vielen Dank, dass ihr jetzt zugeschaut habt, ne? Und, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. 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 Vielen Dank.